Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man der Debatte jetzt so folgt, könnte man schon fast sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Das ist ja schon wie ein Déjà-vu vergangener Debatten, wenn wir uns zurückerinnern an den ersten Anlauf, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten zu deklarieren. Ich glaube, wir hatten auch einen ähnlichen Verlauf damals bei der Einstufung der Westbalkanstaaten. Ein Muster ist immer gleich. Immer, wenn es darum geht, die missbräuchliche Inanspruchnahme des Asylrechts auf die wirklich Schutzbedürftigen zu konzentrieren und einzudämmen, dann stoßen wir als verantwortungsbewusste Regierungskoalition hier auf den Widerstand der Grünen im Bundestag und im Bundesrat. Das ist leider die traurige Realität, meine Damen und Herren. Und dass die Westbalkanstaaten seit 2016 als sichere Herkunftsländer gelten, das haben wir ja auf grüner Seite allein einem einzigen verantwortungsbewussten Spitzenpolitiker der Grünen zu verdanken. Denn nur durch den Ministerpräsidenten Kretschmann, der damals sehr vernünftig agierte und der sich der Verweigerungshaltung seiner Partei widersetzte, konnten der Westbalkan und einige afrikanische Staaten als sichere Herkunftsstaaten deklariert werden. Und daran kann man sehen, Herr Kretschmann betet nicht nur für die deutsche Kanzlerin, der weiß auch, was Vernunft heißt, meine Damen und Herren. Und das ist auch gut so. Und wenn ich mir die Entwicklung der Asylbewerberzahlen aus dieser Region anschaue, dann kann ich nur sagen, gut so. Das Resultat kann sich ja wirklich sehen lassen. Und da können Sie sich ein Beispiel daran nehmen, liebe Grüne. Denn wie sieht denn der Faktencheck aus für den Westbalkan? Die Gesamtzahl der Asylanträge aus dieser Region ist seit 2015 um 85 Prozent gesunken. Und das zeigt doch, wie wirksam dieses Instrument der sicheren Herkunftsstaaten ist bei der Eindämmung unberechtigter Asylbegehren. Und warum ist das so? Weil die Menschen von Anfang an wissen, dass sie keine Bleibeperspektive haben und sich deshalb erst gar nicht auf den Weg machen. Und genau das muss doch in unser aller Interesse sein, meine Damen und Herren. Und ein anderer Spitzenpolitiker von Ihnen wirft uns regelmäßig vor, keine verantwortungsbewusste Politik zu betreiben. Und er sagt zur Flüchtlingspolitik, ich zitiere Robert Habeck, dieses Aufsichtfahren ist das Problem. Und man hätte Deutschland nicht ausreichend auf die Anzahl der Flüchtlinge vorbereitet. Ich sage Ihnen, wenn die Grünen schon 2016 nicht gegen die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten gewesen wären, dann hätten wir schon längst schnellere und rechtssichere Asylverfahren bei dieser Personengruppe erreicht. Und nicht nur das, werden wir uns auch viel mehr um die wirklich schutzbedürftigen Menschen in Deutschland kümmern können, um die Menschen, die tatsächlich vor Bürgerkrieg und politischer Verfolgung bedroht sind und geflohen sind. Und wir werden auch unsere Kapazitäten besser einsetzen können, um diesen Menschen deutlich schneller in unsere Gesellschaft zu verhelfen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und Robert Habeck, um bei ihm zu bleiben, hat ja nach der Hessenwahl mit sehr breiter Brust gesagt, der Erfolg der Grünen der Fuß auf Fachlichkeit, auf Sachlichkeit. Und die Grünen würden sich am Ende der Populismus-Gala bewegen. Und ich sage Ihnen, unser Land wäre einen großen Schritt weiter, wenn Sie diesem Anspruch auch endlich in Asylfrage gerecht werden würden, meine Damen und Herren. Denn wie Sie da argumentieren, das ist doch nichts als blenker Linkspopulismus. Das ist die systematische Ausblendung aller Fakten. Und das ist auch eine Ignoranz der gesellschaftlichen Stimmung in Deutschland. Die Zahlen sind ja alle genannt worden. Denn die Einstufung als sicheres Herkunftsland, sie entspricht deutschem Recht, sie entspricht europäischem Recht, sie führt zu einer Beschleunigung der Asylverfahren. Und sie hilft, den Aufenthalt von Menschen in Deutschland schneller zu beenden, die aus asylfremden Gründen hier nach Deutschland gekommen sind. Und damit werden wir weniger attraktiv als Zielland. Und ohne, dass wir den Anspruch auf ein individuelles Prüfrecht damit einschränken. Und das muss doch auch in unserem Interesse sein. Nun können Sie natürlich sagen, Herr de Vries, andere Partei, das interessiert uns alles nicht. Unsere Klientel ist davon ja nicht betroffen. Aber Sie können ja auch in Ihre eigenen, Sie können ja in Ihre eigenen Reihen schauen, Frau Ansberg. Selbst Ihre eigenen Leute, die Verantwortung tragen, distanzieren sich ja zum Teil von dieser wirklichkeitsfremden Asyl- und Anti-Abschiebe-Politik. Ich kann Ihnen ein letztes Zitat Ihres Ministerpräsidenten nicht ersparen. Er hat gesagt, man dürfe sich nicht immer an Themen abarbeiten, bei denen wir nichts gewinnen können. Wie etwa die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf die Maghreb-Staaten. Und ich sage Ihnen, recht hat er. Die Grünen können mit einer Ablehnung nichts gewinnen. Aber unser Land kann eine Menge verlieren, wenn Sie den Bundesrat weiter blockieren. Wir betreiben eine verantwortungsbewusste Migrationspolitik. Und ich glaube, es wäre gut, wenn die Grünen damit auch endlich anfangen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege de Vries. Als letzter Redner hat der Kollege Gustav Ganschi das Wort.